Ich will bei OneNote andere einladen zur Mitarbeit. Mein Name ist Birmi Lehner. Ich bin hier beim lokalen OneNote. Ich habe hier ein Notizbuch geöffnet und möchte nun Mitarbeiter mit einladen. Ich gehe hier zur Datei, Freigeben, Freigeben für eine Person. Jawohl. Ich tippe hier die Mailadresse ein und bestimme hier hinten, ob diese Person dann bearbeiten kann oder das Notizbuch nur anschauen darf. Und hier könnte ich noch eine Mitteilung mit hineinschreiben und freigeben. Dasselbe läuft ja auch online. Ich gehe ins Internet, im Internet zu Office 365, dort zu OneNote. Und dasselbe OneNote Notizbuch steckt natürlich auch hier. Weil es online gespeichert ist, bei OneDrive oder SharePoint. Ich klicke hier drauf und bin im selben Notizbuch und kann hier rechts oben unter Teilen ebenfalls das Notizbuch freigeben. Ich tippe hier wieder eine Mailadresse ein, hier eine Nachricht und nicht vergessen hier oben bestimmen, was diese Person darf. Darf diese Person mitarbeiten oder nur zusehen. Das war's.